Sie wünschen? Gibt's Ihnen das Handy? Worum geht's denn? Ich müsste Sie sprechen. Sind Sie ein Bulle? Da müsste ich einen Ausweis sehen. Holen Sie sie. Irgendwas muss ich sehen. Wie wäre das Innere von einem Krankenwagen? Jack Reacher ist ein Phantom. War mein Militärpolizist. Irak, Afghanistan, alles dabei. Silver Star, Bronze Star und ein Purple Heart. Aber auch ein spezieller Typ. Wir sind fünf gegen einen. Drei gegen einen. Die letzten zwei hauen immer ab. Das Gesetz ist Ihnen egal. Ihn interessiert nur Gerechtigkeit. Wer weiß, was ich getan habe. Sie können mich nicht beschützen. Das kann keiner. Keine Bewegung. Meine Hand. Mit Waffen spielt man auch nicht. Das war ja vielleicht eine scheiße Idee. Ab 3. Januar im Kino. Ab 3. Januar im Kino. Ab 3. Januar im Kino.